Macht euch das eigentlich auch so nervös, dass einer von uns, dass man einfach keinen sieht und einer von uns ist der Imposter? Weil ich hab Angst. Und ich glaube, Kati ist der Imposter. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmitglied-Kanal und wir sind wieder mal hier auf dem Spielplatz unterwegs und was spielen wir? Minecraft-Hindery. Ganz genau, kennt ihr eigentlich alle, wir haben es mal ein bisschen umbenannt, weil wir machen das ja eigentlich immer mit dieser Minecraft-Achse. Die haben wir übrigens da vorne schon versteckt und daran sieht man auch schon, es wird wieder eine Person geben, die dir das erzählt hat, alle Leute zu erwischen mit dieser Minecraft-Achse oder mit dem Schwert? Genau, bevor ich... Ja, mit dem Schwert, ja, 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 ist ein Schwert. Hast den Testbestand, du bist ein vorbildlicher Minecraft-Spieler, Claudio. Das ist ein Daimenschwert. Hast den Testbestand und ich glaube, ihr kennt alle die Spielregeln. Es wird eine Person geben, die alle erwischen muss, die haben wir jetzt Imposter genannt. Ich glaube, für mich ist das ja auch das allererste Mal, ne? Ja, ganz genau, Premiere für euch beide, werden wir wahrscheinlich auch gleich merken. Oder auch nicht, mal gucken. Die losen eigentlich auch nicht. Da gibt es noch einen Sheriff und zwei Unschuldige und ich würde sagen, den losen jetzt direkt. Ja, ne, jemand nimmt, also ich könnte einfach mal eine Hand greifen. Und ich würde sagen, ich glaube, und noch ganz wichtig, also, das Schwert ist da auf der Rutsche und die Nerfgun vom Sheriff ist ganz oben, damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, ich behalte auch die GoPro, würde ich sagen, als erstes. Das war eine sehr, sehr komische Bewegung von Kathi, dass ich gerade so ein bisschen, äh... Was hat Kathi gemacht? Ja, du hast es ein bisschen auffällig verhalten, das heißt, du wirst eine, ja... Äh, wie? Ich habe mich hier auffällig verhalten. Was hat man gerade gemacht? Du hast es ein bisschen auffällig verhalten, das heißt, du wirst eine, ja... Ja, du hast direkt getanzt und das machst du normalerweise nicht, aber ich würde sagen, ich schau gleich einfach. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich getanzt habe. Ja, 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 Kathi. Also, ich glaube, Kathi ist der Imposter. Ich habe überhaupt gar nicht gemerkt, dass ich getanzt habe. Ja, ja, ja. Ah, ich gehe mal, glaube ich, rutschen, weil... Rutschen tut mir ganz gut. Es kommt auch sehr auf, wenn ich das zu rutschen gehe. Ja, aber ich glaube, ich rutsche mal von unten. Von unten zu rutschen. Nee, macht doch keinen Spaß. Oh, ich wurde erwischt. Ja, du musst die Waffe holen. Du musst die Waffe holen. Du musst die Waffe holen. Der Normalo darf noch die Waffe rächen. Eieieieieiei. Also, Ellie... War ich mich wirklich auffällig verhalten? Ja, hast du. Also, es war mir relativ schnell klar, dass du es bist. Also, Ellie, ich muss sagen, das war eine schwache Leistung von dir. Nein, das war gut. Die hat nicht geladen. Die war doch umgeladen. Man muss sagen, Ellie hat das starke Leistung von Ecati halt. Ja, so mir reicht es. Aber, das gibt es ja zur Rückrunde 2. Let's go. Okay. Ich würde sagen, wir haben übrigens neue Standorte jetzt von der Nerfgun und vom Schwert. Ja, genau. Das Schwert ist auf der Schaukel und die Nerfgun ist da hinten hinter dem Stein versteckt. Genau. Und die Person, die erwischt wurde und die Gruppen hat, kann sie ruhig mitgehen und mit sie laufen. Ja. Genau, okay. Ich habe jetzt hier die Rollen. Und ich nehme als erstes diesmal, komm, ich komme weg auch. Ab. So, ich stelle die Kamera wieder raus. Ja, 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 Kati. Ich habe nicht gemerkt, dass ich getanzt habe. Ja, ich habe mich voll gesagt, dass du getanzt hast. Wollen wir uns ein bisschen ausruhen auf der Parkbank? Ja? Wollen wir uns ein bisschen ausruhen auf der Parkbank? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Doch, warum nicht? Wir haben ja ein bisschen auf der Parkbank, dass ich ausruhen. Ja, ich finde Parkbank gut. Ich meine auch gut. Äh, wo ist eigentlich jetzt die, ähm, die Nerfgun? Aha, okay. Ja, danke, wollte ich nur wissen. Die beiden Positionen sind schon richtig. Ich glaube, Park ist wieder und René ist auch wieder. Meinst du schon wieder? Ja. Ich weiß ja nicht. Das wäre, das wäre schon ein krasser Zufall, ne? Jetzt wäre es gut, wenn der Schwerk auf die Waffen nehmen würde. Aber es weiß noch gar keiner. Oh nein, die will jetzt zum Schwerden. Ja, soll man da auch hingehen? Okay, Leute, ich gucke mir das Geschehen jetzt mal an. Denn das ist echt merkwürdig. Wie gesagt, ich bin unschuldig. Losen gibt es nicht noch mehr Spielgeräte. Ja. Du bist an den Turm. Jawoll! Ja! Yes! Ja, schön schön. Ja! Ja! Ja, gut! Du warst echt schon wieder? Dann würde ich das gar nicht mehr glauben. Keine Ahnung. Dann war ich jetzt die selben Rollen dann nochmal, ne? Ja. Das kann ich ja nicht glauben. Richtig stark von René. Ja. Also Respekt, dass er das echt, das richtig klug gemacht hat. Guck mal, ich dachte wirklich erst, du bist der Imposter, weil du hast dich da hingesetzt. Aber nee, stark. Cool. Nice. Ich würde sagen, es gibt Revanche für den Imposter. Aber ich wusste nicht, dass ich, ja doch. Ja, ich muss aber auch sagen, ist natürlich auch schon schwierig gewesen, weil in dem Moment alle... Ja. Ich hätte ja auch erst Elli packen können. Ich würde vorschlagen. Darf man auf, oder? Ja, darf man auf. Ja. Ich würde schlappen. Okay. Bedeutet? Alle auf die Schaukeln und schaukeln. Oh Gott. Und beide Sachen sind in der Mitte. Oh Gott. Oh Gott, ja. Okay. Eieieiei. Das kann ja was werden. So Leute, dann nehmt euch mal eure Rollen. Ich guck weg. Hab eine. Gut. Ich hab meine Rolle. Ja. Ich hätte den Kopf ganz gut. Oh. Schaukeln, hab zu Spaß. Also Leute, jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Wer, wer ist der Imposter? Hier war der andere. Schaukel auf. Oh, Spaß noch. Man darf eigentlich erst aufspringen, wenn man, wenn man auch zu den Sachen gehen will, ne? Ja, dann müsste ja der, dann würde ja der Imposter die ganze Zeit schon so in, äh, sich hinstellen. Ja. Das hat dich jetzt gerade ein bisschen fast gemacht. Ja. Aber ich schaukel ja wieder. Okay. Ich schaukel ja wieder. Ich schaukel. Ich schaukel. Macht euch das eigentlich auch so nervös, dass einer von uns, dass man einfach keinen sieht, und einer von uns, das ist der Imposter. Ich glaube, Kati schaukeln so hoch, damit die dann rauskommt. Ja, damit, ich glaub, ich hab auch das Gefühl, Kati will, genau, Kati will so, so im hinten, so von hinten, so das Schwert greifen. Oh, oh. Warst du dich bereit? Ja. Irgendwie scheint ja der Imposter jetzt nichts zu machen. Sollen wir den Rettbewerb machen, wer am hösten schaukeln kann? Ja, wir klappen nur gegeneinander. Ja. Nein. Nein. So schnell passiert das nicht. Komm, ich mach mal vor. Mach mal vor. Meine Beine, ich muss nicht immer so mitnehmen. Dafür komm ich nicht. Jetzt macht ihr mal. Einfach nur still. Mach ich mal. Ja. Also einer von euch ist schon mal ein Imposter, wenn ihr nicht mal da mitmachen wollt. Juhu. Ich kann nicht so schaufen. Juhu. Juhu. Muss mir Anschwung geben. Ich hab nichts. Juhu. 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 To, genau. Oh, war das gut! Juhu. Du war das gut! Darf wohl mal keiner aufgepasst! Aber ich hatte mir als erstes die mir diese einfach nehmen können? Ja klar. Das hab ich mir doch überlegt. Aber ich hab mich nicht getraut. Ich hätte mir das als allererstes ja einfach nehmen können und hätte einfach nur der Imposter schon gewusst, dass ich bin, ne? Ja, wir haben schon gesagt, man darf erst die greifen, wenn der Imposter das gemacht hat. Achso, okay. Sonst würde sich ja jeder seins am Anfang holen. Ja. Na gut. Dann hängt es ja richtig so. Ja. Sehr gut, Sonja. Noch mal. Ja, noch mal. Okay, dann schmeißen wir das da wieder hin. Und die neue Zettel? Ja. So, ja, die ist noch geladen. Ja. Leute, wir haben uns wieder was ausgedacht. Wir haben hier nämlich einmal das Schwert hier unten, die Nerfgang da oben. Und der Imposter darf so ein Schwert erst nehmen, wenn er einmal runtergerutscht ist. Hm. Ja. Eieiei. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt wieder. Also als Normalo tut man dem Gefallen, wenn man auch einmal rutscht, ne? Ja, wir rutschen einfach alle so ein bisschen. Ich würde sagen, wir rutschen die ganze Zeit einfach nur. Ja. Hier. Okay, Leute, alle bereit? Ja. Gut. Und schauen wir mal. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen rutschen. Ja. Ja. Alle müssen mal ein bisschen rutschen, ne? Also wir müssen alle rutschen. Also wir müssen nicht, aber... Ich zeige mal einen Zettel. Haben wir doch gedacht, ne? Ja. Ja. Ja, der ist mir runtergefallen. Boah, ist das hier. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Die ist ganz schön langsam. Juhu, da stehst du da so provokant. Und ich rutsche gleich da rein und dann catchst du mich direkt, oder was? Oh Gott, ich hab Angst. Ich kann dran mir tauschen, willst du zuerst rutschen? Ich hab Angst. Ja, aber du darfst jetzt... Du hast den Postnatur, bitte ich jetzt. Ich vertraue den ganzen Videos hier auch. Nein, eigentlich muss ich noch nicht sagen, was du... Oh Gott! Jawoll! Das war ein Treffer, oder? Ja, war ein Treffer, oder? Ich bin hier einfach so ganz entspannt am Filmen mit der Kamera und auf einmal krieg ich von hinten, ähm... Das Murder Mystery sperrt ab. Nö, da hab ich mit's gar nicht gerechnet. Das ist aber auch zu cool, weil ich dachte eigentlich auch, so lange ich jetzt hier so stehe und immer so tue, als würde ich hier so machen, wirst du da grad nicht rutschen. Ja. Ja, aber ganz schnell und gute Runde, finde ich. Ja! Puh! Eine aufregende Runde. Voll! Hat auf jeden Fall gut gemacht. Ich würde sagen, ähm... Leute, schreibt in die Kommentare, wenn ihr das noch mehr sehen sollt. Ich glaube, wir haben noch ein paar Orte im Kopf, wo wir so, äh... das Spiel Minecraft Mystery noch mal spielen können. Ich würde sagen, dass wir das alte Trugvideo machen. Ja, gucken wir noch mit Donny... Oh, Donny ist... Mit allen allen allen, oder? Ja. Mit allen 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 allen. Mit allen allen allen. Deswegen, Leute, wenn ich's sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare. Schreibt vor allem auch, äh... ja, in die Kommentare, wo wir das sonst noch so spielen könnten. Schaut bei unserem neuen Shorts-Kanal vorbei. Ich spiele mit mir Shorts, heißt der bei YouTube. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal! Nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!